Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, äh, SteamWorldDick, genau, ich wollte gerade schon Drakensang sagen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play, SteamWorldDick, jetzt mit ein bisschen verendeten Einstellungen, was die Steuerung angeht. Jetzt ist das Ganze auch schon deutlich angenehmer, auch wenn es noch ein bisschen rumspinnt. Das ist mega kompliziert, die Steuerung zu ändern. Das Menü dafür ist mega verbuggt, ist schlimm, aber es sollte jetzt eigentlich funktionieren. Dann, hoffe ich. So, hier gibt es nochmal Wasser, das brauchen die aber zur Zeit noch gar nicht. Bisschen Feuer und Lebensenergie, sage ich nicht nein. So, und hier in dieser Höhle, huch, was ist denn das? Das sieht ja interessant aus. Und die haben die Sprintstiefel in dieser Höhle bekommen, damit können wir jetzt, ähm, sprinten, genau. Wie man sieht, damit sind wir deutlich schneller. Auf jeden Fall, coole Sache. Ich hätte gern das da. Wie bekomme ich das da? Keine Ahnung. Ah. Sprintstiefel auf jeden Fall, coole Sache. Oh nice, das ist was wert, cool. Damit können wir jetzt sprinten und hier richtig nice und schnell rumlaufen. Die verbrauchen, glaube ich, nichts. Also dafür braucht man, glaube ich, kein Wasser. Wobei, hier gibt es Wasser, aus welchem Grund auch immer. Und wir brauchen, glaube ich, alter. Wir brauchen halt nämlich, glaube ich, noch gar kein Wasser. Was ist hier? Ähm. Oh, Megasprung, nice. Was ist da oben? Wo mich nicht hin, toll. Gut, gehen wir wieder raus. Und, äh, zum Dorf sollen wir zurück. Genau, ich würde aber sagen, bevor wir zum Dorf zurückgehen, nehmen wir noch so ein paar, ja, nette Sachen mit, ne? Damit wir hier da ein bisschen Money am Maken sind. Okay, reicht schon. Das war jetzt wichtig, das noch mitzunehmen. Moment. Und dann gehen wir jetzt wieder zum Dorf namens... Gott, wie hieß das nochmal? Ich habe keine Ahnung, wie das hieß. Ich habe es vergessen. Aber gleich sehen wir es. Und zwar, es hieß... Es hieß... Keine Ahnung. Okay. Hi. Du hast also eine von Joes Hüllen gefunden, wie? Keine Ahnung, was für wieder natürlichen Kram der da unten gemacht hat. Ich höre immer nur Zahnräder und Dampf. Auf jeden Fall hatte er mit bizarren Dingen zu tun. Manchmal habe ich ihn etwas davon in meinem Laden lagen lassen. Seltsames, leuchtendes Zeug. Lieber war er mir, wenn er in der Hülle lagerte, die er tief unten gegraben hatte. Was darf es denn sein? Eigentlich nichts. Ich muss erst mal Stuff verkaufen, damit ich mir was Neues leisten kann. Bisschen blöd. Ja, komm, Halsmaul. Ich will Stuff jetzt verkaufen hier. Uh, was habe ich freigeschaltet? Mittlerer Beutel. Das heißt, wir können mehr Items tragen. Coole Sache. Ähm, was gönnen wir uns denn jetzt? Wir haben 44 Gold. Ich würde sagen, Kupferpicke. Damit können wir schneller graben. Das hört sich doch nice an. Okay. Dann gehen wir doch wieder in die Hülle. Und schauen, was es so Neues gibt. Ist hier noch irgendwas Tolles? Leider nicht. Schade. Oh, fuck. Es stimmt, es gibt auch Fallschaden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Man kann wegen Fallschaden auch sterben. Also, ist nicht zu unterschätzen. Der Fallschaden. Man kann den aber umgehen, indem man einfach an den Wänden runterslidet. Das macht das Ganze schon mal deutlich angenehmer. So, was haben wir hier? Ein bisschen nice, ein Kupfer. So, und da ist so ein Viech. Das kriegt jetzt mal einen Stein. Und ist tot. So muss das sein. Was ist das hier? Was ist das hier? Wo, 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 wo. Chillt mal. So, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Ich schlag das Wicht in. Nice. So, wir gehen mal hier rein. Ich weiß nicht, was das hier gibt. Wurde nicht angezeigt. Das heißt, es ist nur so eine Nebenhöhle, wo man nicht unbedingt was machen muss. Oh, fuck. Das war dumm. Ich weiß. Keine Ahnung. Ich glaub, da können wir noch gar nicht hin. Da brauchen wir erst wieder irgendein Upgrade oder sowas. Das heißt, wir gehen weiter nach unten. Nämlich dahin, wo uns der Pfeil hinführt. So einfach ist das. Wir richten uns voll und ganz nach dem Pfeil. Und sind schon in 53 Metern Tiefe. Krasser Scheiß auf jeden Fall. Boah, kacke. Mistvieh. Alter, ich hab mich grad mega erschrocken wegen dem Drecksvieh. So, ich schmeiß mal hier Schrottium raus. Brauch ich nicht. Dafür nehm ich doch lieber Bronzid mit. Ist nämlich mehr wert. Das heißt, wir sind damit mehr Money am Maken. Und ich schmeiß... Ja, komm, ich verkaufe. Ich geh hoch, ich verkaufe. Ich will nicht noch mehr wegschmeißen. Das lohnt sich nicht. Ich will ja auch... ...möglichst viel Kohle machen. Deshalb verkaufe ich jetzt. So. Wir sind fast wieder ganz oben. Das ging eigentlich relativ schnell, jetzt das Hochhüpfen. Ich hätt gedacht, dass es länger dauert. Aber okay. Habe ich nichts dagegen. So, Mäulen. Ja, ja, ja. Wie viel ist das wert? 31. Joa, ist in Ordnung. Damit können wir uns jetzt hier den mittleren Beutel kaufen. Den gönnen wir uns jetzt einfach mal hier so richtig. So muss das sein. Und wir heilen uns doch mal ganz... ...loll. Wir heilen uns doch mal ganz. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall bereit für die Tiefen dieser Mine. Ähm, dann gehen wir wieder zurück hier auf 50 Meter Tiefe oder was das war. Weiß ich gar nicht mehr. Ich achte da gar nicht so drauf. So, hier sind wir wieder 58 Meter Tiefe und haben ein bisschen Sarkazit aufgesammelt. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Wieso nicht? Bisschen geilen Sarkazit. Was gibt's Besseres? Keine Ahnung. So, das... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt eskaliert das Ganze hier aber ein bisschen. Das hier tüte ich auch mal lieber. So. Wieso sind hier zwei Steine aufeinander? Irgendwie ein bisschen dumm. Ich glaube sogar, die Höhlen hier, die sind also die Mine, in der ich gerade bin. Die sind bei jedem... ...bei jedem Mal spielen unterschiedlich. Ich glaube, die werden zufällig generiert. Was? Was war das? Ach du Kacke. Moment. Das... Das schauen wir uns jetzt mal an. Was soll das gewesen sein? Das klang auf jeden Fall nicht gut. Da ist nur so ein normales Viech. Ich sehe jetzt auch sonst nichts. Ich glaube, es ist besser, dass wir nichts sehen. Ich will es, glaube ich, gar nicht sehen. Ich will es, glaube ich, gar nicht sehen. Sarka Seed. Sehr schön. Hier nochmal drei Erze auf einen Fleck. Die nehmen wir natürlich alle mit. Und ganz viel Sarka Seed hier. Und ein bisschen Kupfer natürlich wieder. Ach ja, Kupfer. Ich liebe dich so sehr. Nichts. So, da unten ziehen wir doch auch schon ein Licht. Und ein Scheißgegner. So ein Drecksviech. Und noch eins. Meine Fresse. Was ist denn hier los? So, was ist... Moment. Ah, das nehme ich auch noch mit. Was soll der Geiz? So. Äh, hiermit können wir jederzeit zur Stadt geportet werden. Dann müssen wir nicht hochrennen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Ja, ja. Der beste Wechselkurs der Stadt. Halt's Maul. Ist eigentlich ziemlich praktisch. Kohlelaterne. Okay. Ähm, wir können uns die später auch selber kaufen. Und dann selber aufstellen. Was ist die Kodelaterne? Ah, 60 Sekunden mehr Leuchtdauer. Ohne, dass wir Licht aufsammeln müssen. Dafür brauchen wir 75 Gold. Und drei von diesen Teilen haben wir leider nicht. Schade. Wir können uns nichts kaufen. Außer Leitern und Lampen. Darauf habe ich aber keinen Bock. Schade. Schade. Dann eben nix. Wenn der Typ so teuer ist, der Hohenzone. Aber jetzt gehen wir erstmal hier in die Höhle. Ah, das Licht muss noch gekillt werden hier. Dann gehen wir mal rein, ne? So, da, da. Sieht ja noch relativ chilliger aus bisher. Aber ich glaube, das ändert sich relativ schnell. So, ach du Ficke. Was ist das hier? Das sieht nicht gut aus. Dem gehe ich mal lieber aus dem Weg. Dem kriege ich uns. Ach, Alter. Was ist denn hier los? Was haben wir hier? Den Dampfsprung. Ah, genau. Den kenne ich. Der ist ziemlich praktisch. Zwar dafür brauchen wir Wasser. Das hole ich mir hier mal ein bisschen. Und damit können wir jetzt. Ja. Wie geht das? Mit der Steuerung. Kacke. Ich weiß es nicht. Schauen wir später, wie es geht. Fuck. Komm, das hier nehme ich noch ganz schnell mit. Ich glaube, das ist viel wert, wenn es hier so komisch liegt. Ne, leider nicht. Schade. Welche Taste muss ich dafür drücken? Keine Ahnung. Toll. Nochmal ein bisschen Licht. Moment, das müssen wir jetzt wissen. Ah, hier. Space und S. Okay. Klingt logisch. Space und S. S und Space. Und dann können wir so einen geilen Sprung nach oben machen. Der ist ziemlich praktisch. Den werden wir auf jeden Fall noch öfter im Spiel brauchen. Und deshalb müssen wir auch immer wieder ein bisschen Wasser sammeln. Damit wir den jederzeit machen können. Ich glaube, damit können wir auch das hier kaputt machen, richtig? Nice. Was gibt es denn hier? E. 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 Hallo? Äh. Noll. Was hat mir das jetzt gebracht? Ja, ich weiß, wie ein Dampfsprung geht. Weiß ich. Ja, toll. Weiß ich mittlerweile. Aber was bringen mir diese Schalter? Ah, okay. Ah, und hier sind so Teile. Wenn wir die einsammeln. Ja, das sind diese blauen Teile, die wir für ein paar Verbesserungen brauchen. Die sind ziemlich cool. Und leider auch ziemlich selten. Also, wenn wir die finden, immer mitnehmen. Immer. Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen Wasser und Licht und Leben. Schadet nicht. So, und ich glaube, jetzt können wir hier aber auch raus. Oder wo führt uns das hier noch hin? Was gibt es hier noch? Erz. Bisschen Bronzid. Okay. Und jetzt verlassen wir die Höhle und gehen in die Stadt, dessen Name ich nicht mehr weiß. Und verkaufen Kram. Genau. Hallo, Dorothy. Genau, so hieß sie. Das weiß ich noch. Ich hab ein bisschen Kram für dich. Ja, aber auch nur ein bisschen. So, und hi, alter Cranky, alter Sack. Der Pedo. Ähm. Und die kaufen jetzt mal hier eine geile... Wollen wir die Bronze-Picke? Oder was bringt uns das hier? Das wär auch ganz cool. Ich glaub aber, ich will die Bronze-Picke. Ich glaub, die ist ziemlich cool. Ich würd sagen, die Bronze-Picke, die testen wir im nächsten Part. Von dem her liken, abonnieren, favorisieren, kommentieren, teilen, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.